Hey Leute, träumt ihr auch von Alpen? Denn ihr geht jetzt in den Alp-Traum. Die Alp-Traumfahrt. Ja, ein dooferspruch, egal. Ich brauch hier einen Partner. Didi, mein Freund. Mein Freund und Kupferstecher. So, weiter geht's. So, ab in die Bonuswelt. Und vernichte alle Gegner. Doing, also alle muss ich nicht töten. Es sind einfach nur 5, glaube ich. Und, geschafft. Yay. 44. So. Oh, das Rennen, das ist so geil. Okay, die meisten fahren jetzt hier sofort geradeaus. Aber das schafft man nicht, denn man muss hier nach links. Wir müssen jetzt mal so einen Turbo-Boost bekommen. Wir müssen jetzt alle Gegner töten. Aua, er bumst uns zurück. Der Blaue. Typi. Piraten, Ding-Sie. Wir müssen... Oh, Mann. Eee, oh, Mann. Jo, super. Ah, er legt. So. Überholen oder töten, das ist egal. So, ich hab's nur das Platz Nummer 9. Wow, er legt. Verdammt, das darf nicht legen. Doing, Tod Nummer 8. Platz 8. Geht an, Zorro. Oh, 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 oh. Aber es geht noch weiter. Denn wenn man einige... Wenn man sie besiegt, dann bekommt man eine kleine Belohnung. Man muss sie besiegen, um die Belohnung zu erhalten. Und naja, einer... Oh, verdammt. Ne, egal. Einer begibt dann die... Decay-Münze, wenn ich weiß nicht genau welcher. Ich glaube, Platz 3, 2 oder 1. Ein, eins war es nicht. Ja, Zentral-Fahrs. Safedbar. Und... Oh mein Gott, ein Roh... Egal, und rein da. Yippie. So, los, gib ihm Gummi. So, jetzt... Jetzt müssen wir wieder alle aufholen. Und zwar von Platz 10 aus. Oh mein Gott, das ist so unfair. Feder. Feder. Na los, komm her, gelber Typi. Boah, Mann, no. Das ist noch gut. Nicht gut, nein. So, los. Ich fäll, schneller, schneller. Gimmi, 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 Gimmi. Wuppi, wuppi. Und tot, Mann. So, wippa. Spring, spring. So, mhm. Na ja, die Fede hab ich schon. Stimmt hier eigentlich? Los, come on. Come here. Oh, nein, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Mann. Moment. Ich geh mal schnell in eine andere Welt. Ah, ja, ich bin noch zu Tobetast. Ja, ich bin noch... Äh, oder? Äh, what the fuck? Egal, tot, so. Ja, ich bin noch zu Tobetast. Immer noch, so. Weiter geht's. Nein, ich bin immer noch im Safe Point, verdammt. Das will ich aber nicht. Stirb, Mann. So, jetzt muss ich mich beeilen. Den nächsten hier einholen. Los, komm mal her. Nicht schon wieder. Ich hab's, dieser Albtraumfahrt. Warum hab ich da gerade in den Safe Point? Lalalalalalalalalala. Safe Point. Ah! Ich bin jetzt fast in den Tod gesprungen, oder? Und ich schreibe den Mädchen. Ein Mädchen bin ich. Vielleicht. Vielleicht bin ich ja ein Mädchen. Nee, ich bin kein Mädchen. Ich hab keine Titten. Ich hab keine Titten. Sniff. Okay, jetzt... Jetzt nicht so schnell... Ey, verdammt. Ich überhunde was, automatisch! Jetzt aber... Komm an! Jetzt komm her! Komm her! What? Ich bin im Ziel. Leckt mich doch. Ist hier nix. Ist hier was? Hä? Als ob ich brauch'n Partner, um da aufzukommen. Ja, super. Ja, Level Neustart, denn mir fehlt die Decay-Münze. Die Decay-Münze fehlt mir. Und dafür müssen Köpfe rollen. So. Ready? Set? Go! Boing, so. Ich mach euch alle kalt. Dich zuerst, Blaui. Dann dich, Gelber. Jetzt dich, Grünling. Und sechster Platz schon. Der Platz Nummer sechs! Ja, ich hab's automat... Äh, automatisch. Bewusst, so gesagt. Oh, ja. So, los. Mal. Bananas, Bananas. Äh, wieder ein blauer. Oder? Ja, der ist blau. Ich konzentriere mich gerade auf die super Geschwindigkeitsfahrt und kann da auch nicht sehen, welche Farbe mein Gegner hat. Das hat mich eigentlich auch wenig. Nein, ich will nicht das in Talfahrt. Nee, äh, ne. Los, komm an. Nein, nein. Wow. Oh, nee. G. Jetzt hab ich kein N. Egal. Toll. Ich darf hier nicht so schnell sein. Sonst fahr ich wieder ins Loch. So. N. Hä? Okay. Wieso? Hä? Nein, das ist unfair. Ja, Turbotasse. Ja, ja, ich benutze die Turbotasse. Ja, ja, ja. Ich benutze, ja. Wisst ihr, warum? Weil ich Erster werden will, um die Cayman abzugreifen. Ich weiß, der Zweite hätte sie. Ist auch voll die Logik, dass ich platzt, äh, zwei Kille und dann das N bekommen, wo ich das G schon habe, oder? Na, ja. Sterb, Mann. Die Essen sind noch relativ leicht zu killen, da, naja, die Strecke noch ziemlich einfach ist und so. Aber dann, mit den Abgründen und so. Ja, ja. Aus. Sterb, Rotling. Rotschopf. Na, ja, Rotschopf, nein. Rothaut, Indiana. Ein Indiana-Pirat. Das ist ja ein cooler Film. Piraten-Indiana. Oder Indiana-Piraten. Rrrr, Captain Stammesältester will deine Familie kidnappen, damit wir Geld bekommen und so ein Scheiß-Piraten-Geschwafel-Halt. Yo, yo, ho, und ne Budel voll rum. Das schaffe ich nie mehr, diesen... Diesen Spastier... Ah, doch. Vier. Na, das schaffe ich nie mehr auf Platz eins, oder? Nie mehr. Ich bin ja gleich im Ziel. Und wo ist der nächste Typ? Da, Gelbling. Gelbi. Du Gelber. Ah. Wo ist der? Nächste. Ich will den nächsten killen. Oh nööööööö! Ja, los. Ja, ich benutze die Torbetaste. Wisst ihr auch, wieso ich die Torbetaste benutze? Weil ich schon schnell bin mir bei Platz 1 behalten will, das hab ich euch schon gesagt, oder? Warum wollen wir die Beschreibung denn auch mal haben? Beschreibung? Man, ich bin verrückt drauf. Erklärung, nicht Beschreibung. Okay, ich bin ein bisschen genervt. Crazy. Naja, crazy ist nichts Neues. Aber genervt ist was Neues. Ah, ja. Ich soll vielleicht mal was anderes zocken als Donkey Kong Country 2, oder? Und vielleicht mal Mario und Luigi wieder mal. Obwohl, ich hab mir da andere Projekte ausgedacht. Und nicht meine geplanten, die schon gesagt haben, denn die werden noch lange auf sich warten haben. Denn sie funktionieren immer noch nicht. Das ist unfair. Los. Du, Mann, wieso bremst ich ab, wenn ich springe? Aua! Bumst dich nicht zurück! Oder ich bumst dich zurück. Los. Das ist ein safe Punkt. Los, come on. Come on. Yeah! Das war ein geiler Jump, oder? Nein, das schaffe ich eh nicht mehr auf Platz 1. Ich bekomme hier nie die Decay-Münze. Los, spring! Come on, Badanshow! Nein! Oh, nö! Nö! Nächstes Level, ich versuch mal. Ich versuch mal ein schnelles Expressoren, ja, ja. Seit dem Jahr gekannt, dachte ich, dass die, die der mieseste Darsteller sei, aber Dixi ist ja noch übel aus. Mir kann keiner die Hauptrolle spielen. Nö, ja, ja, leck mich. Frag mich nur, ich weiß alles. Expressoren verbessern. So. Ähm. Turbo? Nein, Turbo nur eins. Stärke. Und Tempo. Eins am Flug. Noch eins, okay. Rennen starten. Okay. Neue Gegner, hoffe ich mal. Und stärkere oder schwächere, hoffe ich mal. Waggler. Waggler. Wutti. Balduin. Roadrunner. Ready, set, go. Oh. Oh, ja. Wut. Äh, ich leck's. Wow, ein Balan, äh, Balanenstamm. Ein Baumstamm. Äh. Hier. Jump, jump. Nein. Nö. Scheiße. Scheiße. Ich bin Platz... Zwei? Ich war Platz eins frei. Okay. Yeah. Oh, 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 oh. Ich jump in den Schlam. Das ist nicht schön. Yeah. Feder. Geil, ich werde noch erster, wenn es weitergeht. Hoffe ich mal. Dann, ich bin der Erste, viel einfacher als dem Kremkai, muss ich sagen. Okay, der Pokal sieht überhaupt mehr als pervers aus, oder? Ja, es hat Platz, gut gemacht, wirst du bei einem Rennen bekommst du eine Belohnung. Also dieser Pokal, das ist ein Kindergame. Okay, also, was hat sich Nintendo da nur gedacht? Hm, machen wir uns Winky Quiz, nee. Oder weißt du was, ich... Supersumpf, nee. Ich versuch's nochmal mit dem Rennen. Denn, äh, ja. Ich bin am Safe Point, ich will kein Safe Point. Safe Point sind für Safe Point Nutzer. Aber ich kann dem Safe Point ja nicht ausweichen, das ist das Problem. Nummer 9. Moment, war Platz 9 nicht eigentlich so blauer? Fällt mir gerade erst ja jetzt auf. Ja, los. Hm. 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 Ja, es stirbt. Der Gelbe ist auch tot. Aber ich komme mit der Belohnung für den normalen Platz. Also, ich schaff's generell nicht vom Safe Point aus auf den normalen Platz. Und, topet das da. I, eh, I need to turbo. Hm. Und wenn ich normal vorausfahre, hab ich eh keine Chance. Dann komm ich vielleicht auf Platz 5, wenn es überhaupt so weit kommt. So, jetzt einfach Volldampf. Boah. In der Luft zerfleischt. Okay, jetzt bin ich, glaub ich, gut drauf, oder? Boing. Tot 7. Oh, Mist, das schaff ich nicht mehr. Der hat mir den Speed geklaut. Oh. Ja, nicht weinen. Nicht weinen. Es gibt eine weitere Chance. Man, ich will... Ja, ja, ich spring schon mal. Ja, 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 ja. Und jetzt höre ich euch alle rein. Ich mache euch alle tot. Bam. Bam. Ah, du Bananen-Tro. Oh. Ich hab dich auf den Kieker. Und da bin's Loch. Weil ich schaff's ja eh nicht mehr. Ja. Und der auf einmal Standbild, oder was? Ja. Hm. Ich will es... Moment. Vielleicht hab ich mit Dixie mehr Glück, weil ich meine... Dixie ist eine Frau und die... Die Männer werden vielleicht abgelenkt. Ich will's mal hoffen. Hey, Jungs. Ich hab Titten. Guck her. Boing. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Uh, what do we have? Komm her, komm her, komm her. Komm her. Oh nein, 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 nein. Gut. Okay. Äh, ja, wir sehen uns in dem nächsten Part, wenn ich mich wieder aufrege. Bis dann. Cheerio. 슘�. Das hier ist die Grund. Das hier ist die Grund, warum wir den undми auch hier in Mittag. Also. Danke. Hö därohn- Das hier ist. Da Runets. Das hier ist die Grund. Da. Da. So is das. Hund, duuild die vor. Da. Its flu. Das hier ist die Grund. Ja DC. Das hier ist die Grund. ... Das hier ist die Grund. Ich fühl's mich. Bis zumher. Stop. Eud die. Da. Chill deine." die